Herzlich Willkommen bei Casino LP. Das ist normal ein Spielvideo oder ein Bestrafungsvideo. Das sind Fragen. Ihr stellt euch Fragen. Ich stelle euch jetzt Fragen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes spielen soll. Unter T2. Ich kann unter T2. Dann kann ich Naruto Ultimate Ninja Storm. Ja, Naruto ist das. Dann kann ich noch Sandrose 2. Und das andere ist auch mal richtig geil. Crysis. Kennt ihr bestimmt schon. Der nicht. Der geht einfach zu Waititi. Das sind ein paar auch Videomacher. Die haben halt ein Video von Crysis. Richtig geil. Und der andere ist Sons. Richtig geil. Den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen. Bisschen schwer. Ja. Natürlich, falls ihr fragt, bei was ich das spiele. Das ist ähm. Ähm. Diese Playzie. PlayStation 3. Bei jedem. Steht's hier oben eigentlich. Suchen wir mal, wo das hier steht. Okay. Scheißt auch, weil den anderen steht es natürlich bei denen hier. Crysis PS3. Okay. Schreibt in die Kommentare. Falls ihr es nicht ganz gecheckt habt. Könnt ihr auch die Reihenfolge. 1, 2, 3. Ähm. Ich hab genau. Ähm. Ich gucke mal. 5 Stück im Lager. Ich hab ja noch. Ähm. Ja. Da sind wir anderen restlichen Spiele. Restlich. Man sieht das jetzt nicht. Oder ist es im Dunkeln. Okay. Bestimmt. Dann viel Glück. Bis zum 1, 2, 3. Okay. Bis zum 1, 3. ization 2, 6, 8, 2, reality screen. �